Hey, hey, Oliver Schiemer hier. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und ja, eigentlich nur ein Gedanken, Impuls zu der Frage, muss ich eigentlich, wenn ich im Network Marketing starten will oder wenn ich im Network Marketing aktiv bin, sollte ich dann die Produkte selbst konsumieren, ja, oder kann ich es auch machen, wenn ich die Produkte nicht konsumiere? Und da, das ist so eine Frage, die kommt eigentlich relativ häufig, zwar nicht immer so direkt, sondern man merkt es einfach so aus dem Gespräch heraus und deswegen habe ich gedacht, ich teile da jetzt einfach mal meine Gedanken dazu. Ich würde das auch gerne anhand von einem Beispiel machen, da wird es eigentlich relativ schnell deutlich, das Ganze auch und zwar, meine Meinung dazu ist, dass es nicht zwingend notwendig ist, dass das Produkt oder die Dienstleistung, die du vertreiben willst, ja, verkaufen willst, dass die bei dir den Effekt hat, wie das Produkt das verspricht. Und da gebe ich dir jetzt ein Beispiel mal angenommen, ich nehme da jetzt extra ein Beispiel, was ein bisschen, ja, da habe ich mich jetzt nicht vorbereitet auf diese Folge oder so, sondern es kommt jetzt einfach so, wie es mir einfällt, mal angenommen, du bist in einem Unternehmen aktiv und ihr habt eine Wunderpille gegen Migräne, ja, so, jetzt ist es nicht notwendig, dass du diese Pille jemals selbst getestet hast, weil du vielleicht noch nie Migräne in deinem Leben hattest. Das ändert ja aber nichts an der Tatsache daran, dass es da draußen tausende, hunderttausende Menschen gibt, ja, die an Migräne leiden und die, ja, und die sehnsüchtig, ich sag mal jetzt, auf dieses Produkt warten, ja, so, das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, es ist viel, du musst dich einfach für das Produkt, ja, für dein Unternehmen musst du dich begeistern können, aber du musst es nicht unbedingt selbst konsumieren. Natürlich ist es kein Nachteil, wenn du es selbst konsumierst und es ist auch ein Vorteil, wenn du aus deiner eigenen Erfahrung raussprechen kannst, aber es ändert nichts an der Tatsache, ja, dass das Produkt, ja, oder dass das Unternehmen funktioniert, weil da gibt es in deinem Unternehmen sicherlich sehr, sehr viele Beispiele dafür, ja, oder nehmen wir einen anderen Bereich. Mal angenommen, du hilfst mit deiner Dienstleistung zum Beispiel Versicherungsprämien einzusparen oder, ja, im Energiebereich Kosten zu senken. Jetzt kann es natürlich sein, dass du bei dir selber mit deiner eigenen Dienstleistung vielleicht gar keine Einsparungen, ja, treffen kannst, weil es momentan vielleicht so ist, dass du schon, ja, bei einem super Anbieter bist oder was auch immer, ja, dann, klar, hast du das Produkt vielleicht jetzt selbst gar nicht nutzen können, aber das heißt ja noch lange nicht, ja, dass es da draußen nicht andere Menschen gibt, die dadurch einsparen, durch deine Dienstleistung Geld einsparen können, ja, so. Und deswegen ist viel wichtiger, dass du dich für das Produkt, für das Unternehmen begeistern kannst, ja, und für die Geschäftschance Network Marketing, wie jetzt erstmal, ob du, oder besser gesagt, du solltest eben halt deinen Erfolg, ja, nicht damit verknüpfen, ob du die Produkte selbst konsumierst oder nicht, ja, weil viel wichtiger ist, dass dein Produkt wirklich funktioniert, ja, dass es auch nachweislich funktioniert, es muss nicht bei dir funktionieren, aber es muss nachweislich bei anderen funktionieren. Und, dass es einen Markt dafür gibt, dass es ein Bedürfnis, ein Problem von Menschen löst, was tatsächlich da ist, ja, und wenn das gegeben ist, dann kannst du mit deinem Business voll durchstarten und loslegen. In diesem Sinne hoffe ich, dass dieser Gedankenimpuls für dich jetzt hilfreich war und, ähm, wenn das so ist, teils mir dein Netzwerk, würde mich freuen, ähm, hinterlass mir einen Kommentar, wie auch immer, ja, freue mich von dir zu hören. In diesem Sinne alles, alles Gute, maximalen Erfolg, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao.